Belarus! Schüge Belarus! Schüge Belarus! Wir akzeptieren nicht die Wahlfälschung in Belarus. Wir akzeptieren nicht die Gewalt in Belarus hochzuhalten. Und sie hatten die Schuhe ausgezogen, um die Bank nicht schmutzig zu machen. Wir werden die Frauen befreien. Freiheit für Belarus! Freiheit für Belarus! Wir sind frei! Ja! Super! Freiheit für Belarus! Freiheit für Belarus! Das sind Alexandra, Anna, Alona, Ekaterina, Juvier Belarus! Schüge Belarus! Schüge Belarus! Schüge Belarus! Es ist falsch, was er tut! Das ist falsch, was er macht, ist zu sagen. Er kann nicht nur die Freiheit der Verteidigung der Verteidigung und entscheiden, dass er alle Macht für sich selbst nimmt, wenn in der Realität niemand will, dass er das Land regiert. Zumindest die meisten Menschen für den Gegner und nicht für Lukaschenko. Also sollte er nicht nur die Macht für sich selbst nehmen und schlecht über die Menschen sprechen. Ich fühle mich, dass belarussische Bevölkerung, наконец, beginnt zu fühlen, wie wichtig es sich zu ändern, wie wichtig es sich aus der totalen Diktatur, die vollständig verletzt wird. ...verletzt wurden, in Krankenhäusern behandelt werden mussten. ... ... ... Vielen Dank.